hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem let's play von terminator resistance wir sind aktuell noch im stadtzentrum aber das ändert sich jetzt in der nächsten sekunde denn wir haben die hk einheit besiegt haben die codes heruntergeladen und sollen nun zu dr mac und ich hoffe auch dass wir dorthin kommen ohne einen absturz zu genießen was ja beim level wechsel gerne mal passiert und auch gerade wieder danach aussieht max labor es war zwar nicht einfach doch ich konnte diese sicherheitscodes für dr mac beschaffen hiermit sollte er auf skynets mainframe zugreifen und dieses plasma gewehr hacken können das dürfte die kräfte verhältnisse etwas angleichen und ja wir haben glück es ist diesmal nicht hängen geblieben da muss man leider mit rechnen aber zum glück wenn es zu einem absturz beim level wechsel kommt so war es zumindest bei mir der fall dass zumindest der speicherpunkt übernommen wird dass man also das kapitel dann starten kann und eventuell erfolge die dann aus bleiben werden dann zu beginn des levels gewertet also das ist schon ganz gut gemacht wenn es jetzt einem absturz kommt dass zumindest save games und erfolge gesichert sind max labor war eigentlich nicht so groß dass wir so eine lange lade sequenz hier brauchen wahrscheinlich hat sich jetzt hier auch einiges geändert ich bin mal gespannt ob wir jetzt tatsächlich das violette plasma gewehr dann auch nutzen können das wäre sehr sehr geil wenn wir damit noch mehr schaden machen wobei ich sagen muss das scharf schützengewehr hat im letzten level doch sehr gut seinen dienst erfüllt seinen zweck erfüllt also damit waren die terminator eigentlich aus großer entfernung kein problem und wenn es halt näher wird dann sollte man gucken dass man es heimlich macht mit den terminierungs messern so wir sind im labor und da steht der nette her auch schon aber ich gucke mich hier mal wieder um der hat bestimmt in unserer abwesenheit irgendwas gekritzelt uns fehlen nämlich noch zwei notizen hm nicht schreibfreudig der herr ich nicht schade ok mac ich will den schmalen ich will die nicht umbringen Wir können Skynet kämpfen mit unseren eigenen Weaponsen. Ich glaube, das geht auch für diesen Infiltrator. Der erste Prototyp kam ein paar Tage vorhin. Imagine was passiert, wenn sie mass-produziert werden. Wir müssen hurry, bevor das passiert. Dieser Infiltrator hat uns nach uns vor mehr als ein paar Tage. Was meinst du? Es hat mich folgt für Monate. Aber das kann nicht so sein. Der Prototyp ist schon seit ein paar Tage. Es ist das gleiche Modell, die den Pacific Division zerstört. Aber ich bin verbunden mit Skynet, und ich kann sie sehen. Ich sage dir, was du sagen, ist nicht möglich. Unless... Oh mein Gott. Sie werden es tun. Sie werden die T.D.E. Was? Was? T.D.E. Time Displacement Equipment. For all intents and purposes, it's a time machine. A time machine? Yes! A time machine! You go in, you pick a date, you press a button, and just like that, you'll be watching your younger self learning to tie your shoelaces. You know, time travel. Skynet's been working on T.D.E. for a while now. I've been monitoring its progress, but it's still not ready yet. So how could they send anyone back if it's not ready? They didn't, but they will. Don't you see? In one alternative future, they finished T.D.E. and sent a Terminator back to our times. That has to be the one you saw. You couldn't have seen it otherwise. It didn't exist yet. That would explain why they suddenly started to learn at such a geometric rate. This is big. This is really big. So if it's done, then what the fuck can we do now? We can still fight for this future. Our future. You could stop Skynet before they finish building time displacement equipment, and send any more Terminators back. I'm forwarding everything I've learned to Connor. He needs to know. And you go, report back to Baron. Speaking of Baron... What happened between you and Baron? Years ago, Connor gave an order to infect Skynet with a virus. To do it, we had to reboot a T-800 model I was trying to reprogram. I warned them that I wasn't done, and that the Terminator was fully functional, but they didn't listen. So, as expected, it went online and sent our coordinates to Skynet. But not only that. It attacked and killed Perry. Baron took it personally, because they were... an item. She's been holding that grudge ever since. Dann... Ja, ich will ihn nicht töten, wie schon gesagt. Das sehe ich nicht ein. I got that chip for you. Is it any different from the others? Is it any different? Of course it is! Its CPU is a neural net processor. A learning computer. It's been updated to incorporate infiltrating techniques. Thus, its processing power exceeds any other chip. This could be exactly what we need to win this war, Jacob. I have to warn you. Baron sent me to kill you. If she finds out that I didn't, she'll send someone who will. Thank you for telling me. If what you're saying is true, I don't have much time. As soon as I'm done packing, I'll be on my way. I've already sent all the blueprints and access codes to Connor. Grab that plasma behind you. And go see Baron. Yeah. Yeah. Der Auftragskiller ist fehlgeschlagen, aber wie gesagt, die will ich auch nicht annehmen. Wir haben gar keinen Platz mehr im Inventar. Was soll der Scheiß? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du in der Abwesenheit hier keine Notiz geschrieben hast. Mein Freund. Ah, da liegt doch was. Hab ich mir doch schon fast gedacht, dass hier was zu finden ist. Tagebucheintrag Schwachstelle. Sie haben eine Schwachstelle. Sie sind unermüdlich bestrebt, die Mission zu erfüllen, für die sie programmiert wurden. Sie werden sich selbst opfern, wenn es auch nur die kleinste Chance gibt, damit ihr Ziel zu erreichen. Sie werden niemals eine Gelegenheit ungenutzt lassen. Und wenn sie diese Chance wahrnehmen, erkennt man, was sie sind. Herzlose Killermaschinen. So, wir haben gerade noch einen Erfahrungspunkt oder einen Fertigkeitspunkt verdient. Den investieren wir auch in Härte. Denn dann können wir uns jetzt ja selber regenerieren quasi. Jetzt muss ich mal schauen, was ich hier rausschmeiße. Die Waffe haben wir doppelt. Wir haben doch zwei Waffen doppelt, oder nicht? Habe ich nicht noch eine aufgehoben? Nein, das ist eine andere. Doch die haben wir noch doppelt. 110 mit einer Feuerrate von 125. Die hat eine Feuerrate von 410, also das Dreifache, fast das Vierfache. Das heißt, die ist etwas schwächer demnach. Dann lasse ich die fallen. Nein, nicht ausrüsten. Fallen lassen. Ach, hat er schon. Okay. Da liegt sie. Und dann nehmen wir jetzt das neue Plasma-Gewehr. Neue Missionen gegen die Zeit. Ich habe auch gerade was gesehen von wegen Maximal Level 28. Tatsächlich. Also höher als 28 kann man nicht aufsteigen. Das heißt, drei Punkte fehlen uns jetzt noch. Die wir aber wohl nie kriegen werden. Vielleicht haben wir doch das ein oder andere Fertigkeitsbuch verpasst. Ich will mal gucken, ob ich die hier gut verbessern kann. Ich habe ja hier... Ah, Moment. Wir haben ja die. Können wir die Chips nicht auch wieder entfernen? Ich glaube, ja. Sehr schön. Ja. Gut. Dann werde ich jetzt die neue Waffe verbessern. Natürlich mit Schaden von 40. Und Ladestreifen nochmal von 55 erhöht. Und wir packen da nochmal einen Schaden 30 dazwischen. Dann dürfte die ordentlich Wumms machen. Und die setzen wir dann auch hier rein. Zwischen der Waffe, die wir gern für kleine Gegner nutzen, und dem Scharfschützengewehr. So, und nun sollen wir hier raus und zum Widerstand zurück. Ich sehe hier gerade noch nicht, wo es raus geht. Da geht's raus. So, begib dich zur Zuflucht des Widerstands. Und hoffentlich klappt auch das jetzt ohne Abschluss. Ich bin hier. Ich bin hier. Ist das Ding mit Mack zu beschäftigen? Es ist. Aber ich habe einige Nachrichten für dich. Ich bin hier. Ich bin hier. Zuflucht des Widerstands. Es stellte sich heraus, dass der Infiltrator, der mich verfolgte, über eine Zeitverschiebungsmaschine in die Vergangenheit zurückgeschickt wurde. Er verband sich mit Skynet und loot sein gesamtes Wissen hoch, wodurch sie in einem geometrischen Tempo lernen. Ich habe das Gefühl, dieser Krieg wird nicht mehr lange dauern. Ich habe das Gefühl, dass es das Spiel auch nicht tut. Wir haben das Maximallevel erreicht. Uns fehlt jetzt nur noch eine einzige Notiz. Wir wissen jetzt, was Sache ist. Und irgendwie bestärkt das auch meine Vermutung, die ich bereits schon äußerte, bezüglich des Fremden, der uns immer kontaktiert, dass wir das selbst sind. Wenn das also mit der Zeitverschiebungsmaschine tatsächlich wahr ist, gehe ich davon aus, dass wir diese gleich in unseren Besitz kriegen und uns dann selber quasi durch die Zeit schicken, um uns selbst zu warnen. Wie schon gesagt, meine Vermutung liegt zumindest so nah, weil die Stimme auch sehr ähnlich ist. Und er ja auch von der anderen Zuflucht wusste und all sowas und genau weiß, was passiert, gehe ich mal davon aus. Auch hier haben wir wieder eine lange Ladezeit. Das letzte Level war ja schon nicht groß und da war die Ladezeit wieder enorm. Liegt vielleicht aber auch daran, dass das Spiel jetzt schon eine ganze Zeit läuft. Ich glaube, die letzten drei Videos, die habe ich jetzt so in einem Rutsch hinterher aufgenommen. Ja, da geht es weiter. Sprich mit Baron. Wo soll ich denn mit euch hin? Ein Saufen gehen oder was? Ich bin Anti-Alkoholiker. Ich bin Anti-Alkoholiker. Da bin ich gespannt. Ob Baron weiß, dass wir Mech nicht getötet haben. Wieso steht denn hier die Tür so offen? Du bist immer noch Buchführer? Sehr schön. Super. Ach, hier war der Nebengang. Ja, ich frage mich, ob wir hier noch eine Notiz finden. Ob wir das vielleicht noch für den Endkampf haben. Bist du sicher? Wir wollen nicht das gleiche, was letzte Mal passiert. Hast du nichts? Kann ich deine Hardware sehen? So. Jetzt haben wir sogar schon ein Scharfschützengewehr der zweiten Generation. Das sind ja die identischen Waffen, die wir hier haben der zweiten Generation jetzt. Ah, das ändert natürlich einiges. So, die Waffe hier werde ich auf jeden Fall verkaufen. Die haben wir ja doppelt. Die Waffe werde ich auch nicht mehr benutzen. Verkaufen wir auch. Äh, die kleinen Medipacks, da kaufe ich auch alle. Ähm, so auf jeden Fall das Scharfschützengewehr der zweiten Generation können wir uns auch leisten. Schaden 800 im Vergleich zu 550. Das ist echt heftig. Kaufen wir natürlich. Äh, wir nehmen jetzt erstmal die Transaktion an. Müssen dann erstmal die Chips entfernen. Lecker Chips. Kartoffel Chips. Die sich auf unserem Scharfschützengewehr befinden. Chip entfernen. Chip entfernen. Chip entfernen. Okay. Dann verbessern wir das neue Scharfschützengewehr. Wir fangen schon mal an mit Schaden von 25%. Damit hätten wir einen Wert von genau 1000. Das wäre schon mal super. Äh, dann... Wäre gut, wenn wir... Feuerrate... Weiß ich nicht. Der Ladestreifen wäre eigentlich ganz gut. Wenn wir den erhöhen. Bei den ganzen Chips, die wir haben, blicke ich da schon nicht mehr so wirklich durch. Feuerrate, Feuerrate... Der Ladestreifen haben wir hier. Hat aber links einen Abschluss. Können wir also alles nicht gebrauchen. Den könnten wir hier verwenden. Dann hätten wir wieder 7 Schuss. Und jetzt bräuchten wir noch irgendwas für die Mitte. Links mit 3 Strichen. Rechts mit 2. Vielleicht kriegen wir nochmal irgendwo... Hier hätten wir nochmal die Feuerrate von 20%. Ja, machen wir so. Aktivieren wir das so. Dann haben wir da das verbesserte Scharfschützengewehr. Das jetzt da unten hinwandert. Äh, die Waffe werden wir ja auch nicht mehr brauchen. Zurück ist okay. Den Raketenwerfer, den hebe ich allerdings noch auf. Und gucke, dass wir... Die TC 16... In der nächsten Aufwertung kriegen. Das heißt, auch hier... Nehme ich jetzt die Sachen raus. So, verlassen. Verkaufen wir das nochmal bei ihm. Verkaufen wir das nochmal bei ihm. Ja, ich will dir noch ein paar Sachen verkaufen. So, die verkaufen wir auf jeden Fall. Die verkaufen wir. Die verkaufen wir. Ja. Äh... Ja komm, Stimulantien, habe ich ja schon gesagt, benutze ich nicht wirklich. Mhm. 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 Ist das die? Und dann verbessern wir diese natürlich auch nochmal. Da haben wir einen Schaden von plus 20%, den wir in die Mitte setzen können. Den Ladestreifen nochmal erhöhen. Da. Ladestreifen, Ladestreifen, hier haben wir nochmal Schaden von 19%. Machen wir das einfach so? Ach, das klappt so gar nicht. Wir brauchen rechts einen Abschluss und links drei. Es sind aber beides nur zwei. Hier, Schaden plus 13%, das passt. Ach, da haben wir noch den Fehler, sehe ich gerade. Da haben wir den Fehler. Wir brauchen quasi Schaden, der rechts und links oder irgendwie nochmal, was rechts und links drei hat. Ladestreifen hier nochmal. Wo haben wir jetzt? Ich schaue mal ganz oben an. Feuerrate. Könnten wir nutzen. Ja, nochmal Feuerrate. Ladestreifen. Schaden von 14%, machen wir es so. Aktivieren. Schaden. Das ist es, was wir machen wollen. Oh, das Scharfschützengewehr. Ähm, das setzen wir dann aber bitte so. Das dann so. Und ich glaube, so kann ich, ja, so kann ich leben. Lassen wir das mal so. Danke, Quartiermeister. So, wo finden wir jetzt Baron? Da hinten. Ich will aber noch ein bisschen mit den Leuten reden, wenn wir einmal Alvin, mit dem wir nochmal sprechen können. Hm. Du siehst auch ziemlich affig damit aus, mein Freund. Dann gehen wir nochmal zu Ryan. Wir können hier ja nochmal die Werkbank benutzen, aber so wirklich sinnvolle Sachen können wir eigentlich nicht mehr herstellen. Bringt ja auch nichts. Erfahrungspunkte können wir keine mehr verdienen. Das ist es, hm? No more turning back. Whatever happens. You know what? It's probably bad luck to say goodbye, right? Warum auch. Nervous? Don't worry. We'll be right behind you. Baron wants us to set up a field hospital. So if anything happens, I'll meet you there. Bevor wir zu ihr gehen, renne ich hier hinten aber nochmal lang. Nicht, dass wir hier noch irgendwo eine neue Notiz liegen haben. Ich nehme an, gleich kommt der Endkampf und dann war's das auch. Die ganzen Dialoge hier fühlen sich ja schon danach an. Aber demnach müsste es hier ja noch irgendwo eine Notiz geben. Vielleicht hier irgendwo. Vielleicht hier irgendwo. Nein, hier hatten wir ja schon eine. Und hier kommen wir immer noch nicht rein. Das ist halt nur für den Beischlaf gedacht, das Zimmer. Oh. Ja, das tut mir leid, Leute. Ich hätte euch wirklich gerne den Standort der letzten Notiz auch noch aufgeführt. Aber irgendwie finde ich die gerade nicht. Und so kurz vor Schluss will ich das jetzt auch nicht noch unnötig in die Länge ziehen. Ihr wollt ja auch das Finale sehen. Dann sag ich einfach mal, wir gehen zum Ende und die fehlenden Notiz, die hole ich dann nach. Wo sind wir jetzt überhaupt? Jetzt sind wir ja wieder viel zu weit zurückgegangen. Jetzt sind wir ja wieder beim Quartiermeister. Aber wir müssen da lang. Gib mir deine Notiz. Schreib mir irgendeinen Zettel. Schreib was drauf. Reicht, wenn du 32 draufschreibst. Für die 32. Notiz. Na gut. Das Fehlende, das hänge ich da noch hinten dran, dass ihr seht, wo auch das zu finden ist. Wir machen jetzt erst mal weiter und sprechen mit Baron. Just when you thought shit couldn't get any more crazy, this happens. So what now? With the infiltrators coming out and news of a fucking time machine, Connor wants to finish this war fast. Are we prepared? Nowhere near. That's why an all-out attack is our only option. Alvin managed to locate Skynet's central core through the hijacked satellite. It turns out it's right under our nose. It's in the basement of the old Griffith Observatory. So we're moving out? You are. Connor wants me to stay here to coordinate the attack. And his North Division is heading to stop Skynet from sending anything through the time displacement equipment. So this is it? It does seem that way. You better get all your things sorted. Take your time. You're leaving in a couple of hours. Dismissed. Bereite dich auf den Kampf vor. Ja, wie denn? Wo soll ich denn jetzt hin? Raus. Ja. Ja. Ja, das Traurige ist, dass ich wirklich hier die Warnung des Fremden ignoriert habe in einem Video. Irgendwas wird jetzt hier passieren. Und ich habe echt das Gefühl, dass wir hier niemals... Oh. Er hat schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Oh mein Gott. Liegt hier vielleicht doch noch eine Notiz rum? Hier hinten Macht keinen Sinn, hier haben wir ja schon ein paar Mal geguckt, als wir hier das erste Mal angekommen sind und ich glaube auch beim letzten Mal Ich glaube der Zugang hier ist neu, oder? Vielleicht finden wir hier tatsächlich noch eine Notiz Das ist gesperrt Ok 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 Hinten ist so ein Lüftungsschacht, aber wir hatten auch hier nochmal eine Tür. Dann müssen wir wohl doch durch den Lüftungsschacht. Mann, wo schickt der uns hin? Hast du hier was geschrieben? Was willst du hier überhaupt? Wie hast du mich gefunden? Patrick sagte mir, du vielleicht wäre irgendwo hier. Das ist mein Schmerzpunkt. Ist er worried? Nein, er sieht glücklich. Wie war er dein erste Schmerzsacht zusammengekommen? Well, at first he was excited just to be outside. A little too excited. Some drones spotted him. But I did it. I managed to protect him. Nothing happened. And from that point on, he understood how dangerous a scavenger's life can be. See, you'll make a great scavenging team. Yeah, I'm starting to see it that way. And because of that, I was thinking... About leaving? I don't have any secrets from you, do I? Yeah. About leaving. With Patrick. I think you should leave. What? Are you serious? I thought you'd be the last person to encourage me to go. What about what you said earlier? What changed? Things are different now. It's not safe here anymore, and I think you should go. Jacob, I don't know what to say. You know that your opinion matters to me the most. To be honest, you're the only thing keeping me here. Well, that's it then. I guess I'm going. You're always looking out for me. Thank you for that. I know you're moving out soon, but there's something I want to say. Regardless of what happens later, I hope that we'll find each other. Thank you for always being there for me. I'm lucky to have someone like you. And I'm lucky to have you. I hoped you'd say that. Please. . . . . Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, noch seine Zähne wurde in das Spiel gepackt. Und fall mir da nicht runter. So, melde dich bei Baron. Jetzt müssen wir den ganzen Weg also wieder zurückgehen. Ja. 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 Ja.